Das ist das Spiel für Kogelschreiber. Das ist der Supersportwagen unter dem Kogelschreiber. Und der funktioniert folgendermaßen. Normalerweise drückt man, dreht man, der nicht. Also, blotte Handbewegung, da ist die Niene. Eine lockere Bewegeung auf dem Handgelenk, weg ist die Niene. Wenn man es einmal kapiert hat, es gibt nichts besseres, Vergnügen pur.